Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Abendvideo. Heute gibt es ganz viele Eating Sounds. Ich habe euch vier Sachen vorbereitet. Einmal Reiswassel. Einmal Elbe-Paprika. Ich weiß gar nicht, ich kann mal darauf rumtippen. Einmal Möhren, das wird richtig laut werden. Und dann, bei richtig vielen beliebt und nachgefragt, eingelegte Gurke. Ja, ich hoffe, ihr genießt das und viel Spaß. Und dann noch mal wieder rein. Gute Blöck, das ist das Wunsch. Ich finde die Flüte Blöck, die Flüte Blöck, die Flüte Blöck wird. Ich finde, wir haben noch einen Flüte Blöck, die Flüte Blöck und die Flüte Blöck, die Flüte Blöck. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Das war's für heute. Sollte Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gut, aber ich habe mich sehr gut, aber ich habe mich sehr gut. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. Was ist das? Es ist so schön. Das war's für heute. Das war's für heute. Es ist sehr, sehr schön. Es ist so schön. Es ist so schön, es ist so schön. Es ist sehr, sehr schön. Ich bin einig, ich bin einig, ich bin einig. Es ist sehr schön. Bis zum nächsten Mal. So, das war das Eating Sound Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr noch mal so eins sehen wollt. Vielleicht auch, was ich dann essen oder probieren soll. Dann schön, dass ihr dabei wart und tschüss.